Ah, 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 eh! Was machst du, Nian? Willkommen zu einem neuen Video! Ich muss sagen, ich habe was ganz Gruseliges geträumt. Und zwar habe ich um drei Uhr nachts einfach Spoilerspump geguckt, habe ich geträumt. Und da war so ein gruseliger Tadeus, der hat mir richtig Angst gemacht. Ich muss mal Ente fragen, ob das so ein Traum war. Ente! Äh, 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 was geht? Ja, Ente, hast du das auch geträumt? Hä, was denn? Ja, das mit Tadeus. Alter, ja, ich habe geträumt, dass die aus dem Klo rauskommen. Hallo! Ah, na, da ist er nicht, aber Ente, das war so unheimlich, der hat einfach, da lief einfach die gruseligste Swatchroom-Folge aller Zeiten im Fernsehen. Echt? Jetzt, was ist da vorgekommen? Da war Tadeus und der hat die ganze Zeit in den Bildschirm geguckt zu mir und die ganze Zeit kamen da irgendwelche bunten Sachen aus seinen Augen. Alter, das war echt gruselig, Eiti. Ja, der hatte auch gar nicht die normalen Farben, der war irgendwie grau. Ich weiß nicht, vielleicht hat es sich einfach grau angemalt. Vielleicht war ja Fasching. Ja, das kann gut sein, aber hä, wo sind wir hier? Ich weiß nicht. Lol, das sieht ja aus wie das Lucky Block Gefängnis. Ja, Mann. Hä? Lass mal gucken, ob wir irgendwie Ente flüchten können. Aber wie, Eiti, wie kommen wir raus? Ja, äh, wir gucken mal, ob hier in der Zelle was ist. Unter dem Lagerfeuer vielleicht. Komm mal nach. Ja, mach das Lagerfeuer weg, Eiti, los. Ja, weg damit, Alter. Warte? Ja, das ist echt doof. Weg. Da ist gar nichts. Ja, das ist echt nix hier. Hier ist auch nix. So. Was geht? Vielleicht, vielleicht ist hier der Lampe, Ente. Schau mal nach, unter dem Stuhl. Oh, jetzt ist der Stuhl kaputt. Was geht? Hier unter dem Tisch. Oh, jetzt ist der Tisch kaputt. Äh, das Sofa, das andere Sofa, das Bett, oh, die Wand. Au, was hab ich für einen Schlag? Lol, Ente mal, komm mal hier, bitte. Warte, ich schau nach. Mal. Lol, du hast eine Lampe, Eiti, die sieht ja echt nice aus. Hallo, Mr. A-Lampe, sie sehen ja echt wunderschön aus. So cool. Aber lass mal hier gucken, hier ist eine Kiste mit Lucky Blöcke. Ja. Aber meine Seite, ich würde sagen, machen wir mal auf. Ja. Los. Wow, komm mal, ich hab einfach noch Hose. Echt, jetzt nice, Eiti. Das ist richtig, richtig cool. Und wow, guck mal, ich hab einfach eine Lucky Portion mit plus 100. Oha. Wow, Level. Richtig ja, Stürmer, Alter, Schwede. Freunde, wenn dir das Video gefällt, lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Das ist auf jeden Fall mega cool. Wenn euch Ente gefällt, lass ein Abo da. Ente, wie kommen wir raus? Ey, ich weiß nicht, ich hab was zum Aufsprengen. Happy. Wow. Was ist denn das hier? Partikel oder was? Weiß nicht. Das ist ein Pferd. Hallo, Pferd. Hallo, unser Pferd. Wow, Ente. Lol. Hey, du hast das Pferd gerade gerettet. Es passt doch. Ja, was heißt gerettet, ist jetzt tot? Ey, lass uns aber irgendwie hier rüberbauen. Wir brauchen irgendwie Blöcke dafür. Hast du da was? Ich hab keine Blöcke, IT. Ja, vielleicht haben wir noch ein paar Lucky Blöcke. Das reicht. Ich weiß nicht. So, so. Warte, ich busse dich einfach rüber, IT. Schaffen wir das? Bring gleich. Drei, zwei, eins. Los. Wow, ich hab's geschafft, Ente. Warte, ich versuch's auch. Zack. Lol, du hast es einfach geschafft. Ey, guck mal. Hier sind so viele Polizisten. Wir müssen irgendwie ganz schnell weg. Aber wohin? Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwie in die Zelle müssen. Irgendwie in den Lucky Block Raum. Los, Ente. Lass uns mal schnell zum Lucky Block rein. Ja, lauf. Oh, oh, oh. Was ist das an der Tür? Hey? Lass mal schnell rein. Lass da rein, da rein, da rein. Die Küche ist zu weit weg. Geinti, komm schnell rein. Ja, aber... Hä? Was ist denn hier passiert? Ich weiß nicht. Haben die das hier abgesperrt, oder was? Das sieht völlig anders aus. Jetzt, Warte, Raum. Was geht's? So, jetzt erzähle ich dir meine Geschichte. Hallo. Hallo, Ente. Ich war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle besiegt wurden. Ende. Wow. Lass mal gucken, ob man hier hingeht. Hä? Was haben die mit der letzten Dusche gemacht? Die ist doch gar nicht mehr da. Ja. Die haben hier irgendwie alles. Zugesprengt. Ja, ist echt so. Oder zugesperrt. Hä? Moment mal, was ist das hier? Hä? Hä? Und hier geht's gar nicht weiter. Ich weiß nicht, was das hier ist. Vielleicht eine extra Dusche? Ist es vielleicht die Damen-Dusche? Nee, ich glaub nicht, Eiti. Hä? Moment mal, lass mal gucken. Wir müssen doch hier irgendwie... Hä? Hörst du das? Da ist doch irgendwas. Aber ich weiß nicht, woher das Geräusch kommt. Ich kann's nicht identifizieren. Warte, guck mal, ob hier irgendwo was ist oder so. Moment mal, hier. Hä? Jetzt weiter. Lol, was? Wupp, 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 wupp. Hä? Wie sind die hier? Wir sind einfach am Abfluss. Ja, wir sind unterm Gefängnis. Aber das ist ja echt ein geheimer Raum. Lol, das ist ja richtig. Das hab ich noch nie gesehen. Lol, weißt du? weil eigentlich kommt wahrscheinlich das Wasser hier im Gefängnis aus dem Meer. Und ich denke mal auch, IT, dass wenn hier was da reingespült wird, dann können sich vielleicht auch irgendwelche bösen Wesen hier reinverirren. Oh, das stimmt. Aber lass mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ich habe nämlich mal gehört, dass in der Klo... IT, ich habe mal gehört, dass in meinem Klo mal eine Schlange gewesen sein soll. Hey, IT, ich will ja nichts sagen. Guck mal da oben. Was ist da? Hey, guck selber. Oh, oh, IT. Ist das das Klo-Monster? Nein, das ist der aus dem Traum von mir. Das ist Evil Taddeus. Was? Das ist Evil Taddeus? Alter, wir müssen ihn irgendwie fertig machen. Hallo, Taddeus. Au, der boxt mich. Au, IT, der hat mich gerade geschlagen mit seinem Schwert. Nein, Moment, wir könnten noch dieses Lucky Potion die negative hier machen und... Weiß nicht, ob das klappt. Aber der sah eigentlich nicht so lieb aus, IT. Der sah gar nicht lieb aus. IT, da tritt immer mehr Wasser durch. Wieso trinkt da mehr Wasser durch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dieser Taddeus will gleich zu uns vorkommen. Das sieht irgendwie nicht so nett aus. IT, der baut hier was ab. IT. Ah, er ist noch da oben. IT, der kommt runter. IT, lauf, 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 lauf. Schnell, du bist ein bisschen eingesperrt. Nein, das ist einfach... Das ist einfach Evil Taddeus. Alter, Alter. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Hallo, Taddeus. Hallo. Taddeus. IT, der hat mich gefangen. IT, der hat mich gefangen. Du musst mich retten, bitte. Bitte, IT, Hilfe. Au, au, lass mich los. IT, bitte, hilf mir doch. Ich bin vergesstet. IT, hilf mir doch, bitte. Au, hau ab, Mensch. Mach den fertig. Der ist böse zu mir. Boah, hab ich gehauen. Hilfe, IT, hier sind überall Partikel. Was passiert hier? Ich weiß nicht. Du musst den fertig machen, IT. Bitte, du musst mich retten. Verständnis. Lass einen freundlich hoch. IT, bitte. Bugs. IT, au, warte, ich hab mir auch entsperrt. Ich hau dir eins drauf. Wow. Lol. Lol. Die Weile ist kaputt gegangen. Er verschwindet einfach hier und im Gefängnis. Krass, Alter. Der wurde einfach weggespielt. IT, lass uns weg. Wegkommen. Komm schnell. Höchstens hoch. Das war evil, Taddeus, einfach. Ja, Mann. Das war mega heftig. Lass mich hoch. Wum, 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 wum. So. Lol, Alter. Wow. Hä? Er ist wieder da. Er ist wieder da. Weg mit dir. Alter, Alter, hoch. Komm hier, wir gehen zurück und machen das zu, den Abfluss. Ja, Mann, wir müssen es versiegeln. Der kommt bestimmt immer wieder aus dem Meer hier rein. Ende, mach zu. Warte. Ich habe noch Blöcke. So, zack. Oh, nein. Ach, ist egal. Warte, ich versiegel den Abfluss hier. So, zack, zack. Zack, zack. Damit er hier nie wieder hochkommt. Ja. Wow. Ende, das war einfach evil, Taddeus. Ist so. Ich baue doch hier überall alles zu. So. Alter, hast du. Ich muss. Ich habe echt Angst. Ich auch, Alter. Der war. Junge, IT, du hast mich gerade gerettet. Der wollte mich einfach gefangen werden. Häufig, Freunde. Der wollte mich einfach mit ins Meer nehmen, IT. Der hätte mich locker einfach mit nach Malibu nehmen können. Genau. Was? Nach Malibu? Echt jetzt? Ich schwöre es dir, alter Schwede. Ja, vielleicht wollte er mich ja nur mit auf Mallorca nehmen. Ich glaube nicht, dass er mich mit nach Mallorca nimmt. Ich glaube, der nimmt dich eher mit dem Abfluss. Echt jetzt? Ist doch dasselbe. Ja, fast, ne? Aber auch nur fast. Ich würde sagen, lassen wir doch mal ein paar Lucky Blacker aufmachen. Los. Bis wir eine Spitzhacke haben und dann hier raus. Ja, Mann. Wow. So, zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Lolle Bogen. Und so. Oha. Das sind so starke Items. Oh, ich muss das Item loswerden. Echt? Genau, Bogen. Ich will eine Spitzhacke haben, Mensch. Wir kommen auch noch vor den Crap. Wie wäre es, wenn wir so eine Spitzhacke oder so? Mach mal. Warte, ich habe was zum Aufsprengen. Oh, das ist cool. Mach auf. Warte. Drei. Zwei. Eins. Go. Wow. Oha. Wie krass. Oha. Ach du, da draußen ist ein Polizist. Ja, hallo. Wow. Äh, ich bin einmal hoch. Könnte man bitte mal eine Treppe bauen oder so? Hier. Ah, der Polizist greift an. Egal, Ante, komm mit. Wir hauen uns hier ab. Okay. So, wo bist du, Polizist? Ah ja. Attacke. Hab ihn. Let's go. Weg hier, Ante. Los. Ey, das ist so komisch gewesen. Dieser graue Tadeus. Das war einfach einer aus der Zukunft. Ist so. Komm mit, Ante. Wo bist du? Ich bin ja gerade auf dem Weg zum Schiff. Ich habe gar kein Essen mehr, Ante. Ich bin da. Ich habe was für dich. Hier. Oh, das ist auch cool. Attacke. Komm her. Ja. Ich boxe dich. Der ist aber von der Streife. Ja, Angriff. Loll. Moment mal. Ich glaube, der ist gerade nicht von der Demoide auf Streife. Der ist von der Streife wie Spezialisten. Okay, dann lauf. Wow. Ante. Wir müssen auf jeden Fall gleich zum Schiff abhauen hier und an die Segel setzen. Ja, Mann. Mach die Schotten dicht. Ich kann es nur sagen. Lasst ein Like da, wenn euch Ante gefällt. Lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, bis zum Schiff. So, let's go. Ante? Ja? Ich kann es schon sehen. Wir können gleich die Segel setzen. Okay, mach ich. Ei, ei. Kapitän IP. Ei, Kippen. Wie man bei Spongebob sagen würde. Und rüber da. Wee. So, jetzt noch nach unten hinter. Und was es jetzt geht. Es geht jetzt los. Los. Also, Leute. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Schaut bei mir vorbei, wenn euch das so gefällt. Und wir würden sagen, bis zum nächsten Video, Freunde. Bis.